Am 19. Mai veranstaltet die DHC von 10 Uhr bis 10.45 Uhr ein kostenloses Webinar zum Thema Ihr Weg in die sichere Microsoft Cloud, Pharma-, Medizintechnik und Biotechnik auf Wolke sieben. Den Link zur Anmeldung und weitere Informationen finden Sie wie immer auf unserer Website unter www.dhc-consulting.com unter der Rubrik Termine. Falls Sie an diesem Termin keine Zeit haben sollten, ist das überhaupt kein Problem. Melden Sie sich einfach an und wir werden Ihnen alle gezeigten Folien und den Link zur Aufzeichnung des Webinars im Nachgang per E-Mail zusenden. Wir freuen uns auf Sie!